Und was hat Gott Gott nun gesagt? Wie, was hat Gott gesagt? Du wolltest dir sagen, was Gott dem Abraham versprochen hat. Ah, ja, was Gott dem Abraham versprochen hat. Ja, Gott hat gesagt, Abraham, heb deine Augen auf. Wie aufheben? Sind dem Abraham die Augen runtergefallen? Nein, das heißt, er sollte sich umgucken. Ach, Augen aufheben heißt umgucken? Naja, in der Bibel heißt das so. Oh, okay, und dann? Na ja, Gott sagt zu ihm, heb deine Augen auf und sieh dir das Land an. Aha. Von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Okay. Und das Land, das ganze Land, was du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben. Okay. Und deine Nachkommen, die sollen so zahlreich sein wie der Staub auf der Erde. Hey, aber es gibt doch ein Zielstaub. Genau das meinte Gott. Wie das heißt, die Nachkommen von Abraham, die werden ganz, ganz viele sein? Die werden ganz, ganz viele sein. Wie viele? Na ja, so viel wie der Staub. Und welchen Staub gibt es? Keine Ahnung, aber Gott hat gesagt, derjenige Mensch, der den Staub auf der Erde zählen kann, der kann auch zählen, wie viele Nachkommen es von Abraham gibt. Oh, so viel. Wird Abraham so eine riesengroße Familie haben? So eine riesengroße Familie hat Gott ihm versprochen. Aber die haben doch noch keine Kinder. Hm, das ist ein Problem. Aber das wird Gott ein andermal lösen. Oh, wie denn das? Ein andermal, das erzähle ich aber nachher. Vorher gibt es nämlich noch eine andere Geschichte. Was denn? Ich habe doch gesagt, der Lot ist nach Sodom gezogen. Aha. Und ich hatte gesagt, in Sodom, die Entscheidung, da hinzuziehen, war nicht so gut. Ah ja. Wieso denn das denn nicht? Du hast noch nicht gesagt, dass das passiert war. Hm, habe ich noch nicht gesagt. Es gab zwei große Dinge, die da passiert sind. Und von dem ersten möchte ich jetzt erzählen. Okay. Und zwar gab es da Krieg. Ein paar Könige, die hatten sich vor dem König von Sodom und Gomorra abgewandt. Die sind abtrünnig geworden. Wie, was heißt denn das? Die haben gesagt, ja, wir wollen diesem König nicht mehr dienen. Oh, und dann sind sie weggelaufen. Hm, die sind nicht weggelaufen. Die hatten noch ihre eigene Städte. Äh, ach so, Dion. Äh, das habe ich nicht verstanden. Die haben dem König von Sodom gedient. Der hatte sie irgendwann mal im Krieg besiegt. Und jetzt mussten sie ihm jedes Jahr ein bisschen was geben. Ähm, vom Essen, vom Trinken, von Schafen, sowas. Aha. Und dann haben sie ihm gesagt, wir haben keine Lust mehr. Genau das. Genau das haben sie gesagt. Wir haben keine Lust mehr. Wir ziehen unser eigenes Ding durch. Aha. Und dann haben sie Krieg gegen ihn geführt. Naja. Wieso denn das? Hm, sie wollten unabhängig sein. Und sie wollten ihnen zeigen, wir sind stärker als du. Wir werden sogar über dich gewinnen. Oh. Und dann haben sie auch gewonnen. Dann haben sie gewonnen. Und wieso war das doof für Lot? Na ja, Lot hat in Sodom gewohnt. Okay. Und diese Könige, die haben dann Sodom überfallen. Oh. Haben sie den Lot getötet? Nein, die haben ihn nicht getötet. Oh, so ein Glück. Mhm. Was haben sie dann gemacht? Na, die haben den Lot entführt. Was entführt? Haben sie den einfach mitgenommen? Mhm. Einfach so gewunden und dann auf das Kamel gefuckt und mitgenommen. Ja, so ungefähr. Wieso denn das? Hm. Die haben damals Menschen verkauft. Menschen verkauft? Mhm. Wieso denn das? So war das halt. Die haben es klar. Die Leute, die sie im Krieg gefangen haben oder wenn sie Städte überfallen haben, die Leute, die sie gefangen genommen haben, die haben sie verkauft. Oh. Nicht so schön. Nee. Und als der Abraham davon gehört hat, hat er auch gesagt, oh. Mhm. Nicht so schön. Ja. Und dann ist er aber losgezogen. Wie? Er alleine? Nein, nicht der allein. Oh, ich dachte schon. Wen hat er denn mitgenommen? Ich sagte doch, er hatte ganz viele Knechte. Okay. Wie viele denn? In der Bibel steht 318. Wie? So viele Knechte? Mhm. 318? Richtig. Warte mal. Wenn jeder Knecht auch 10 Schafe aufhast, dann hatte der Adon über 3000 Schafe. Dann hatte der über 3000 Schafe. Hm. Aber weißt du was? Ich glaube, ein Knecht passt nicht nur auf 10 Schafe auf. Wie? Nicht? Nee, ich glaube, so ein Knecht passt auch viel mehr als 10 Schafe auf. Vielleicht auf 50. Oh, warte mal. Das sind ja dann, äh, äh, 3000 und 5, äh, 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 15.000. Mhm. Das heißt, er hat wirklich ungefähr vielleicht 15.000 Schafe gehabt. Schafe, Ziegen, wer weiß, was er noch so gehabt hat. Oh, keine Ahnung, dass er so viele Knechte brauchte. Und mit denen allen ist er losgezogen. Mhm. Mit denen allen ist er losgezogen. In den Krieg. Naja, er hat nicht richtig Krieg geführt. Wie nicht richtig Krieg? Na, der hat sich nachts an die Feinde angeschlichen. Okay, und dann? Und dann war er ganz leise, hat seine Knechte geteilt. Eine Gruppe in die Richtung. Okay. Und eine andere Gruppe in die Richtung. Und dann sind sie nachts ganz schnell los und haben alles zurückgeholt. Haben die Leute überfallen. Hey, und das hat geklappt. Das hat geklappt. Die haben sich voll erschreckt. Wie erschreckt? Naja, wie so kleine Kinder. Ah! Ah! Na, steck mich doch nicht so. Entschuldigung. Und dann sind sie weggelaufen. Ja, dann sind sie weggelaufen. Und, und, der hat sie ausgelacht. Nee, der hat sie nicht ausgelacht. Der ist hinterher. Wie hinterher? Der hat sich richtig weggejagt. Viele, viele Kilometer weit hat er sie gejagt. Bis sie alle weg waren. Oh. So. Lange ist er gelaufen. Mhm. Aber weißt du was? Es hat sich gelohnt. Wie, es hat sich gelohnt? Er hat alle Leute, die die Leute, die diese Feinde entführt hatten, zurückgebracht. Okay. Und auch die ganzen Schätze, die sie geklaut haben, hat er mitgebracht. Oh. Das war ja gut. Dann war er jetzt auf einmal superreich. Na, superreich wäre er nicht. Er hat dem König die ganzen Schätze zurückgegeben, die er da gesammelt hat. Wieso denn das? Naja, Abraham hat gesagt, lieber König von Sodom, ich möchte nicht, dass die Leute sagen, dass ich durch diesen Krieg, durch diese Tat reich geworden bin. Dass ich durch deine Leute reich geworden bin. Ah. Das wollte er nicht. Nee, das wollte er nicht. Und so hat er alles zurückgegeben. Und gesagt, ja, ich will weder Schnürsenkel noch irgendwelche Riemen behalten. Wie, noch nicht mal solche Kleinigkeiten? Na, nicht mal solche Kleinigkeiten. Alles hat er zurückgegeben. Der war echt ein Guter. Der war echt ein Guter. Da hast du recht. Das hast du gut gesagt. Ja, ja, und das war es dann? Das war es noch nicht ganz. Dann kam noch der König von Salem. Wie, Salem? Hat er das auch da? Das war nicht direkt in der Nähe. Aber der König von Salem, der kam da hin und hat ihm, was hat er? Brot und Wein mitgebracht. Und ich möchte es mal vorlesen, ja? Wie vorlesen? Na, guck mal hier. Ich habe ja meine Bibel da. Und da sagte er, gesegnet seist du, Abraham, vom höchsten Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und gelobt sei Gott, der Höchste, der deine Feinde in deine Hand gegeben hat. Ja. Ja. Und der hat ihm, der hat ihm gesegnet. Okay. Und Abraham hat ihm den Zehnten von allem, was er gegeben hat, gegeben. Wie den Zehnten? Naja, von, wenn er zehn Schafe hatte, da eins abgegeben. Was? Wenn er 15.000 Schafe hat, dann hat er 1500 Schafe abgegeben. Ja. Und er hat auch von seinem Essen was abgegeben. Bestimmt. Von seinem Trinken. Bestimmt von seinem Geld. Ja. Der steht dem Zehnten. Und wenn hier nur steht der Zehnte, dann können wir davon ausgehen, dass er von allem etwas diesem König abgegeben hat. Wieso denn das? Hm. Wissen wir nicht. Zumindest nicht im Alten Testament. Aber im Neuen Testament erfahren wir, dass dieser König von Salem, der heißt Melchisedek, dass der sowas wie ein Vorbild war. Oder, nee, nicht Vorbild, wie heißt das andere Wort? Ungefähr ein Beispiel wie das, was Jesus machen wird. Ah. Okay. Ja. Und dann, dann sind sie wieder zurückgegangen. Dann sind sie wieder zurückgegangen und alles war gut. Und Gott hat dem Abraham noch ein Versprechen gegeben. Wie, noch ein Versprechen? Hm. Erzähl mal was denn. Nö. Beim nächsten Mal erzähle ich dir davon, was Gott dem Abraham noch erzählt hat. Nicht, was jetzt wissen. Nein, beim nächsten Mal.